Fotografie ist mittlerweile fast 200 Jahre alt. In der gesamten Zeit tauchten immer wieder mysteriöse Fotos auf, die einen zum Nachdenken bringen und irgendwie auch Angst machen. Schafft ihr es, dieses Video zu Ende zu schauen oder brecht ihr vorher ab? Denn heute haben wir für euch die acht gruseligsten und mysteriösesten Bilder herausgesucht. Los geht's! Die Babuschka-Lady Während des Attentats 1963 auf den ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy in Dallas, Texas, tauchte bei der Analyse der Videoaufnahmen und mehreren Bildern immer wieder eine geheimnisvolle Frau mit braunem Mantel und einem Schal um den Kopf auf. Sie ist auf mehreren Aufnahmen zu sehen, in denen sie in aller Ruhe Fotos zu machen scheint, während andere Personen nach Schutz suchen und wegrennen. Das FBI fahndete lange Jahre vergeblich nach der unbekannten Frau, die zur damaligen Zeit eine wichtige Rolle gespielt haben könnte. Leider konnten sie nie eine Spur aufgreifen. Das Hook Island-Seemonster Dieses Foto wurde 1964 in einer Lagune auf Hook Island von einem Ehepaar gemacht und soll eine 24 Meter lange Kreatur zeigen. Das quallenartige Seemonster soll nach den Aussagen des Paares angeblich langsam auf sie zugeschwommen sein, bevor es wieder im Meer verschwand. Eine Bildmanipulation konnte bis heute nicht nachgewiesen werden. Das Astronautenbild. Im Jahre 1964 machte Jim Templeton mit seiner Frau und seiner Tochter bei einem ganz gewöhnlichen Tagesausflug Fotos für das gemeinsame Familienalbum. Auf einem Bild wurde nach der Entwicklung eine geheimnisvolle Gestalt hinter dem Kopf des Kindes entdeckt, welche an einen Astronauten erinnert. Die Familie versicherte, dass die drei alleine gewesen und niemand anders zu diesem Zeitpunkt in der Gegend gewesen sein soll. Selbst Kodak untersuchte das Foto im Labor und stellte keinerlei Manipulation am Foto fest. Bis heute gibt es keine genauen Erklärungen zu diesem Bild. Der Black Knight Satellite Diese Bilder zeigen ein dunkles, unidentifizierbares Flugobjekt, welches seit beinahe 13.000 Jahren um die Erde kreisen soll. Der sogenannte Black Knight Satellite ist ein künstliches Objekt, welches 1960 das erste Mal gesichtet worden sein soll. Zu dieser Zeit hatten weder die Sowjetunion noch Amerika Satelliten in die polare Umlaufbahn geschickt. The Cooper Falling Body Über dieses Foto gibt es leider nur wenig Informationen. Das Bild soll bei dem Einzug der Cooper-Familie in ihr neues Haus entstanden sein. Nach der Entwicklung war auf dem Foto eine von der Decke hängende Person in einem Nachthemd zu sehen. Die Familie sagte aus, dass niemand sonst in dem Haus gewesen sein soll. Gerüchten zufolge wurde der Vormieter in diesem Haus auf grausame Art und Weise umgebracht. Bestätigt wurde dies allerdings nie. Goddards Staffelfoto Dieses Bild wurde bei der Beerdigung des Mechanikers Freddy Jackson gemacht und zeigt eine Gruppe des Goddard-Geschwaders, welche im Ersten Weltkrieg an der HMS Stai Dallos gedient hatte. Ganz oben im Foto finden wir ein erschreckendes Detail. Dieses Gesicht soll, wie von allen Mitgliedern der Gruppe bestätigt, das des verstorbenen Mechanikers Freddy Jackson gewesen sein. Er starb erst zwei Tage zuvor bei einem Unfall durch einen Propeller. Auch hier schließt man eine Bildmanipulation aus. Die SS Watertown-Geister 1924 kamen zwei Matrosen auf dem Öltanker SS Watertown auf tragische Art und Weise ums Leben. Die beiden Matrosen wurden, wie es ihr Wunsch war, sehbestattet. Bereits am darauffolgenden Abend beobachteten Crewmitglieder der Besatzung gespenstische Bilder der Köpfe beider Matrosen in den Wellen vor der Backbordreling. Dort, wo man ihre Leichen einen Tag zuvor ans Meer warf. Immer wieder tauchten ihre Gesichter an der wilden See um den Bug des Tankers auf und verfolgten so das Schiff. Am 5. Dezember 1924 gelang einem Mitglied dann endlich dieses Foto der beiden Seegespenster. Der Geist auf dem Rücksitz Mrs. Mabel Chinnery besuchte im Jahr 1959 das Grab ihrer Mutter. Sie brachte ihre Kamera mit, um ein paar Fotos vom Grabstein zu machen. Nach ein paar Aufnahmen vom Grab machte sie ein spontanes Bild von ihrem Mann, der alleine im Auto wartete. Zumindest dachten die Chinnerys das. Nach der Entwicklung des Films war das Paar mehr als überrascht. Denn auf dem entwickelten Foto war eine Gestalt mit Brille auf dem Rücksitz ihres Autos zu sehen. Mrs. Chinnery und ihr Ehemann erkannten sofort das Gesicht der Mutter, deren Grab sie an diesem Tag besucht hatten. Ein Experte, der das Bild untersuchte, versicherte, dass es sich weder um eine Reflexion noch um eine Doppelbelichtung handelt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solcher mysteriösen Fotos sehen wollt, dann gebt der Folge doch einfach einen Daumen nach oben und teilt dieses Video. Das war's auch schon wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.